Was ist dein Traum? Also, ich will Erster werden. Und in welcher Klasse bist du? Ich bin in der Klasse 5. Welche Ziele hast du? Also, unser Ziel ist, dass wir den dritten Platz machen, vielleicht einen zweiten, nur die anderen sind halt auch sehr stark. Ja, und deshalb würde ich von hinten das Platz retten werden. Ich will den Brot. Deine Brot. Ich bin in der Klasse. Ja, ich bin in der Klasse. Das ist dein Traum. Das ist dein Traum. Und das ist dein Traum. Ich kann nicht bleiben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018